Herzlich Willkommen zurück Freunde bei der weiteren Ausgabe vom WWE 2K15 Who Got NXT mit Corey Graves. Das dritte Match steht an und zwar gegen Adrian Neville. Ironischerweise war das dritte Match mit Adrian Neville gegen Corey Graves. Dieses Match gab es zum Beispiel am 23. Oktober 2013 in echt. So und was wir diesmal machen müssen, na bloß von der Seite Corey Graves aus, das erfahren wir jetzt wahrscheinlich gleich bei der Aufgabenstellung. Und zwar macht den ersten Punkt per Pinfall 2 out of 3 Faults und verursache kritischen Schaden an Nevels Beinen. Mit kritischen Schaden an den Beinen. Nichts Neues, macht den ersten Punkt per Pinfall. Gut und dann wahrscheinlich den letzten Punkt sollen wir via Submission oder Lucky 13 holen. Kann er mir jedenfalls vorstellen. Von der Sunsetstrecke. Weitere 208 lb. Corey Graves. Kommt wieder an der Tor? 5, 4, 3, 2, 1. Wollt nichts sagen zu ihm? Dann Adrian Neville. Bekommt hoffentlich etwas. Kommentarskript zugeschrieben. Da ist er! Kein Gold um Hüfte. Adrian Neville. Ich guarantee dir, dass Adrian Neville mehr fokussiert ist als immer auf diesem Matchup. Du weißt, ich habe das Gefühl, Nicole, es war nur ein paar kurze Wochen vor, dass Corey Graves versucht, Adrian Neville für gut mit einem Post-Match-Attack. So, Freunde. Ja, dann lassen wir das mal eben sein. Also die Endschutz ist zu zeigen. Und dann machen wir direkt weiter. 2-3 Falls. Kann ein bisschen länger dauern, aber ich denke, dass wir doch um die 10-15 Minuten vielleicht die Episode voll kriegen. Vielleicht doch ein bisschen weniger, je nachdem wie schnell ich die Pinfalls oder die zweiten Falls miteinander bekomme. Ich soll ja die Beine machen. Aber wenn ich die Beine gehe, dann werde ich auch auf die Beine gehen. Denn, der Boden ist nicht so schlau. Denn wir haben ja als Singletermove diesen Chop-Block und den würde ich gerne benutzen, um dann den ersten Pinfall zu erreichen. Dann habe ich einen Filmstern mit Lucky 13, was wahrscheinlich das jetzt hier sein wird. Und dann kam ich gleich den nächsten Fall und hat er dann gewonnen, hoffentlich. Das ist meine Strategie für das jetzige Match und ich hoffe, dass diese genauso aufgehen wird. Und ich kann ja im Prinzip das doofe Anweserungsaktion machen. Da tut mir leid, aber was anderes bleibt mir im Prinzip nichts übrig. Ich könnte, weiß ich nicht, immer Angry Storms darauf zeigen, aber die konntet man immer so schnell. So. Man hat anscheinend überall die gleiche Aktion, und zwar den Chin-Breaker. Wenn man die Anweserungsaktion macht. Ich gehe mal hier in den Wristlock. Dann haben wir hier natürlich auch wieder ein Chin-Breaker. Soll jetzt überall das gleiche. Vielleicht haben wir dann noch beim Droggy Grapple. Eine andere Aktion. Überall ein Chin-Breaker. Ekelhaft. Ekelhaft langweilig. So, können wir vielleicht... Ja, wir haben einen starken Irish-Grip. Gucken wir hier mal. Aber da muss er natürlich kaum denn. Außer sonst. So. Fuck. Der German. Release German. Dazu auch noch. Da flücken wir einmal around. Da flücken wir einmal around. Und... Okay. Ne. Gibt's gar nicht. So, jetzt können wir hier auch nochmal ein Droggy Grapple machen. Was wird das jetzt hier? Auch ein Chin-Breaker. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Hier habe ich nur noch eine Submission. Aber Submission mag ich nicht so. Ich muss immer so auf die Buttons hauen. Das kann ich vielleicht ganz am Ende mal machen. Aber da... Da hört's doch schon auf. Ach, Mann. Freunde. Wir haben aber noch einen Drogger in die Knie. Als starken Schlag, glaube ich. Oder? Ne. Aber irgendwo haben wir auch einen Drogger. Da. Running Strike. Hör gleich nochmal. Schön. Und zack. Das ist aber moderat ein Schaden. Doch, doch. Da waren sie doch Champions. Tech Team Champions. Natürlich war die Champions. Zack. Zack. Und jetzt machen wir... Singletary Move. Ne, reicht noch nicht. Oder, komm, machen wir mal. Signature Move. Oh, Conrad Air. So, warte mal. Ich möchte eigentlich gleich mal gucken. Ah, na, jetzt hör doch mal auf hier. Oh, wieso macht ihr selber einen Drogger in den Knie? So. Jetzt. Jetzt aber. Gerade so nicht recht. Können wir jetzt schon den ersten Pinfall machen? Mal sehen. One. Ach. Ich warte mal. Ich will mal eben gucken, wann die beiden Champions waren. Das interessiert mich. Entschuldigung für Unterbrechung. Aber ihr könnt ja skippen, wenn ihr wollt. Cory Graves. Developmental. Neville. Neville. Ja? Wo haben wir denn Neville? Neville? Ja, achso, sie haben die Wyatt Family besiegt. Und dann haben die beiden gegeneinander gefehlt, ja? Ne, sie haben drei Monate die Championships gehalten und haben sie dann an die Ascension verloren. Ah! So, und danach hat Graves Neville attackiert. Danke! Jetzt weiß ich auch Bescheid. Gut, Freunde, jetzt seid ihr auch informiert. Bestens. Und dann kann ich hier auch erstmal weiter machen mit dem Match. Mit dem Wyatt NXT Modus. So, das gewohne Spiel. Wir reden hier mit dem, na, ah, siehst du. Wer hätte das gedacht? So, warum machen wir nicht? Ich möchte eigentlich mal irgendwie einen anderen Finisher machen. Haben wir denn noch einen anderen OMG Moment? Oder wollen wir mal einen Barrikaden Spear machen? Aber der ist, der geht ja nicht auf die Beine, ne? Dann machen wir mal einen DDT. Den habe ich lange nicht mehr gezeigt. Wo es da nur noch durchging. Oder muss ihn erstmal auf den Äpfel kriegen. Aber was wird das denn jetzt hier erstmal neu? Das ist ein Sancter-Flip-Power-Wop! Gar nicht cool. Okay. Boah, wir haben ja gleich Signature-Move wieder. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das alles sehr gut zu unseren Gunsten verlaufen wird. Und wir können jetzt aufstehen. Wir können jetzt aufstehen. So. Warte mal. Machen wir so. Und Pin. One. Two. Uh, kommt er nochmal raus. Pass auf. Dann voll nubig. Auf geht er. DDT! Ey, Print DDT! Sie sind alle spülenverrückt, aber soll mir egal sein. DDT. Ah, sick. Sick. Entschuldigung, ich bin ganz mitgefunden gekommen. So. Einmal, ey, immer diese Wirklichkeit, dass sie in Kontakt werden müssen. So. Ups, Entschuldigung. Ein bisschen höher. Könnte mich vielleicht besser verstehen. Oder auch nicht. Äh, ist immer an die Sache. Was macht er denn an seinem Bein? Streichelt er sich? Komm, angeflogen! Und hab ihn sogar getroffen! Das ist ja fast anbeliebebild. So, hier einmal rüberfliegen. Jawohl. E-Torn nehmen mir nochmal einen zurecht. Das hört sich noch ein Plan an. Stay down, fuck off! Und so weiter. Ist barely moving! So, dann machen wir mal Signature Move zur ersten Pinfall. Zum ersten Pinfall. Ups! Oh, oh, oh! Jetzt ist es Take Down! Von Adrian Nerville. Zack! Perfekt liegt er fürs Cover und anschließend auch noch für Lucky 13. Wenn der erste Lucky 13 nicht reicht. Was geht denn nun ab? Haben wir einen Hooftieb? Das wäre cool. Nee, schade. Schade. Hm, der will einfach nicht aufgeben, ne? Dann machen wir hier eine Aktion. Bam! Da legt sich nicht mehr hin. Ich wollte jetzt zurückschlagen gleich. Zack! All das fürs Cover. Kreis. Oh, noch nicht. Zack! Solar Plexus. Ich habe euch in irgendeiner Ausgabe schon mal erzählt, wo der Solar Plexus liegt. Was? Bei Hugo und NXT ziehe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wenn man so viel hintereinander aufnimmt. Oh, Mann. So. Manhattan Drop. Reich das zum ersten Pinfall. Ganz schön hart eigentlich, der Junge hier. The real man. Der gute Adrian Nerville. Ich habe Angst, dass ich mir den ersten Pinfall hier einstecken muss und dann das noch alles von vorne machen muss. Das wäre voll gut. Und auf, auf und da vorne Super Plexus oder irgendwie sowas in der Art. Backpack? Nein. Steamroller Finnery Roll könnt ihr nennen wie ihr wollt. Mir egal. Cover. Er liegt flach, aber sowas von One, Two, Three. Geht doch. Und bringen Neville zur Aufgabe. So. Und Finisher. Lucky 13. Das ist das Ende hoffentlich. War noch da rot. Na. Na. Muss ich noch einmal machen. Mön. Ach scheiße. Man kann nicht mehr alle Tasten drücken. Macht man aus Versehen. Na, Druch. So. Und da ist er freutig vorhin zurückkommen oder wie du nicht hast? Ach nee. Gehört zur Animation. Auch sehr schön. Wir haben gleich nochmal den Simitermove. Dann machen wir den nochmal und dann machen wir Lucky 13. Und dann reicht das auch. Singitermove. Oh ja, Fireman's Carry Backbreaker. Warte. Und jetzt nur noch Lucky 13, glückliche 13. Und das war's dann auch für Indian Level. Tschüss. und gewonnen. 2 of 3 4s. Zu null gewonnen. Zolo big minute. Zolo big minute. Right there. Ach, diesmal war die Anreihung sogar richtig platziert, aber noch keine Ringlocke, die hören wir bestimmt gleich wieder. Kann ich mir vorstellen. hier ist Ihr Winner, Corey Graves. Guck mal, das scheiß Mikrofon. Entschuldigung. Oh, der Pop-Shirt. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Score möchte ich haben. Gib mir ein Score. Gib it to me. Gib it to me. Und dann können wir gleich mal gucken, wer unser letzter Gegner sein wird bei der letzten Ausgabe hier in dieser Match-Serie. Drive myself. Und 86.410 und nicht der Rekord. Ich glaube 94.000. 92.000 war glaube ich mein Rekord. Unser letztes Match ist gegen Sami Zayn. Die beiden sind auch schon mal auf ihn anein getreten und wann das exakt war, das erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe von der Split-Up WWE 2K15 Who Got NXT mit Corey Graves. Da war für cool. Ablog aus. Euer Franz. Euer Verzock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.